Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Reakt hier auf Pizmeat TV. Heute werden Idiots Play Games. Ne, Christian? Können auch wir sein. Heute 203. Wir haben letztens Squad gespielt. Ja, und hier geht es noch um Far Cry 5. Aber ja, aus unserer Squad-Runde hätte man auch die ein oder andere. Ich denke, ich werde das Post-Skriptum oder Squad-Wit dabei sein. Ja, bestimmt. Ich wette nicht dagegen. Hä? Das Ding ist voll die riesen Kurve geflogen. Der schlägt da rein. Oh, scheiße. Oh, P. Oh, P. Wenn wir uns zählen, dann haben wir das Arsch. Oh. Oh. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Die ships, der hat nicht einfach rausgegangen. Ne. Loll. Loll. Wie fies. Der ist vorher rausgegangen. Oh, dann ist der Windschatten-Boost. Das ist ja super geil gewesen! Oh mein Gott! Was war denn Generation Zero? Da hast du natürlich ne geile Position da oben. Das ist ja echt genau wie im Film. Ja, geil! Oh Mann ey! Oh mein Gott! Es gibt einen Minigun! Echt? Stimmt, Insurgen ist das auch so ein Spiel! Oh mein Gott! 1, 2, 3... Ich habe das getan, schau mal! Okay! Are you okay Dan? Are you okay? Oh! Oh! Oh die Zerzsicht! Das ist der für ne Map! Stop! Oh! Das ist ein Idiot! Der Klassiker! Das ist der Singleplayer, ne? Champagner, ne? Oh, das war die Rakete! Oh Gott! Was ist das denn? Was? Oh Gott! Was? Was? Was ist das denn für ein Spiel gewesen? Was ist das denn für ein Spiel gewesen? Oh nie! Oh die Map gibt's gar nicht? Oh die Map gibt's gar nicht mehr! Huh? Nein! Oh die Map gibt's gar nicht mehr! Ne! Da ist ein, ist das ein Infrainer oder was? Ja ja das ist ein Salvador! MOTHERFUCKER! Als ob der es nicht gesehen hat. Ja doch, aber er hat sich erkannt. Bei dir im Spiel leuchtet der natürlich dann nicht. Sondern das ist dann einer, der quasi aussieht, als würde der hingehören. Formel 1, ich bin überrascht. SOLTA FLAGA! Das ist der Gesichtiger! Ah, das ist doch cool! Was ist das? Was ist das? Oh, was ist das? Oh nein! Oh oh! Wow, ok. Warum kann man das nicht? Wie? 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 Kann jemand... Kann jemand erklären das zu mir? Hä? Was macht der? Kann ich jetzt nicht mehr aufstehen? Oder was? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Kann ich nicht mehr aufstehen? Keine Ahnung. Hey, komm zurück! Wann ich? Ähm... Hahahaha! 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 Lass die, ja... Die Aspector! Das ist die Brüche, was f***ing. Ja, warte. Ja, warte. Oh, jetzt... Olé! Den geben wir. Mein Hangerlein. Oh, hier! Oh, hier! Oh, oh! Oh, nooo! Jake! In die Stoil! He was Mist Woos! In die Stoil! Ja, ha! Warte! Johnny John Cena Series! Und ich werde dir ein trick, das ich heute mache. Wenn du zackst, kannst du die Z sehen. Du kannst die Z sehen. Ich habe das mit dem Zackst. Ich habe das nicht gesehen. 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 Was ist das denn für ein Spiel? Ja, ja, kann ich auch lesen. 12 Sekunden später. 0 Was ist das dumm? Was? Wow! Oh mein Gott. Noch ein Loch. Okay, aber du hast viel 5. Ja, hab ich mir auch gerade gedacht. 5 gegen 1, oder was? Ja! Nice. Was? 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 Oh, die ist schon gezogen. Was? 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 Eier! Was? 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 Oh Gott. Tja, er hat es versucht. Oh Gott. Wie oft du so Granaten killst hast, aber kennt ja. Können sie unsere Videos auch mal reinschreiben. Ja, ja. Ist halt echt so. Oder so ein Noob-Battle wieder. Oh, er hat es gecountert, oder was? Thank you. Leil. Leil. Mein Gott, wie häufig ich schon da rumgesprungen bin. Oh mein Gott. Das haben wir nicht geschafft. WTF? 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 Oh Gott. Was macht der denn da? Kann nur in die Hose gehen. WTF? 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 Als ob? Als ich die Waffe hätte nichts angeguckt. Ja. Oh ok. Oh Alter, da ist ja gut geblottet. Hallo Freund. Hallo Freund. Boosh! Geil Ach ja Das war doch mal wieder schön Lustige Spieleclips Ben Idiots Play Games 203 Ich hoffe, das seht ihr auch so, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer Vielen lieben Dank, bis zum nächsten Mal Haut rein Tschüss Ciao